servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas wunderschönes panorama hinter mir ich bin schon wieder in den bergen diesmal im bikepark serfhaus fislades den seht ihr da unten wir sind gerade hoch zum frommes trail den werden wir jetzt mal abchecken ich bin mal gespannt was uns da erwartet und ich denke eine bikeparkstrecke seht ihr auf jeden fall auch noch ich habe vor den supernatural noch für euch zu filmen eigentlich bin ich hier zum fotos machen und zwar ist dieses wochenende dieser girls right und ich bin hier mit manu den kennt ihr schon aus paar videos der hat eine neue firma und zwar mb customs der baut custom räder auf also wenn ihr bock habt auf einem kast auf ein custom rad dann schaut mal bei manu vorbei auf instagram unter mb custom bikes schmiede ich verlinke euch das mal in der video beschreibung und ja da könnt ihr auf jeden fall euch ein komplett individuelles rad aufbauen lassen paar beispiele seht ihr auf instagram richtig geil genau deshalb bin ich hier um von manu der betreut hier das event als sozusagen werkstatt oder techniker falls bei den mädels was kaputt geht und ich bin da um fotos zu machen und genau aber zwischendrin ist natürlich auch ein bisschen fahren am start und deshalb bin ich jetzt mal hier hoch zum frauen ist den checken wir jetzt mal ab ich wünsche euch wie immer viel spaß mit dem video und wird einfach sagen es geht los viel spaß let's go so es geht los promes trail bin den noch nie gefahren als es die erste erbfahrt hier bin mal gespannt was es hier so gibt aber sieht mir nach alpinem float trail aus ob trail box als rote strecke gekennzeichnet also wenn es so weiter geht wie bisher dann denke ich durchaus auch für anfänger oder das hat jetzt mal fortgeschrittene geeignet und macht natürlich auch bock mit der aussicht hier zu biken von daher haben wir das schon auch mal als fortgeschritten so weiter geht's da haben wir so shortcats fahren sorry Oh ja. Wir treten hier. Wir treten hier. So, solche Trails am Hang entlang, keine Bremse, gucken, dass man den Flow so gut wir wirklich behält, wenn an Bremse vor so Kuppen kurz antippen und gleich wieder auf, um möglichst viel Schwung beizubehalten, also wenn man natürlich schnell fahren will. Das ist schon Grundvoraussetzung. Servus. So, weiter geht's. Das war jetzt gerade ein sehr cooles Stück, also hat mir gefallen. So. 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 Und hoch geht's, da schalte ich die GoPro kurz aus. Und es geht weiter. Wieder bergab. Nach dem Apfel habe ich mal durchgezogen. So, also es sind auf jeden Fall ein paar Abhilpassagen hier mit drin auf dem Trail. Also ihr habt nachher auch kein Video oder so angeguckt vorher. Aber ja, ich lasse mich gerne überraschen. Und ja, deshalb seht ihr einfach wie ich hier die Experience mache, sag ich jetzt mal. Genau, aber wie gesagt, ein paar Abhilpassagen drin. Aber alles gut zu meistern. Im See zum Abkühlen waren auch gerade ein paar Leute drin. Ziemlich geil. Ziemlich geiler Bergsee. Aber ich würde sagen, wir sehen uns, wenn es wieder bergab geht. Bis gleich. So weiter geht's. Sollt jetzt bergab gehen eigentlich, denke ich. Hoffe ich. Nee, sollts echt. So, Fromis Trail. Nehmer. Und los geht's. Bisschen Action hier wieder reinbringen. So. 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 Also der Fromis Trail. Ich hab extra gefragt. Lässt sich die Gondel mit dem normalen Bikeparkticket fahren? Und dann, dass ihr einen Server aus dem Bikepark kauft. Außer ihr kauft eine Halbtageskarte. Da gibt's dann zwei unterschiedliche. Eine nur für Bikepark. Und eine, wo auch alles mit drin ist. Die sind ein paar Euro teurer. Aber damit ihr einfach Wow Gap Bescheid wisst. Geil. Und in dem nächsten liegt ein Stein drin. Schön vorausschauen. Muss man da fahren. Werde man's nicht kennen. Sonst kann das schnell schief gehen. So. Da vorne sind andere Biker. Ich glaub die sind ein bisschen langsamer. Mal gucken wie man denen vorbeikommt. Danke. Fits. Und dann find's für heute auch. Also den Vorderweg. abzukreuzen, also immer ein bisschen die Augen offen halten, dass hier irgendwelche Wanderer ummäht Danke! Die Leute sind nett, lassen mich vorbei kann man sich abschließen... Dankeschön! Woh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Flache Wiesenkurven mit Träten Das ist nicht flowig Aber ja Kann ja nicht alles perfekt sein an einem Trail Aber oben fand ich es echt cool Hat echt Bock immer Aber ich glaube Wir neigen uns aber dem Ende zu Ich glaube so lange ist nicht mehr Bis runter Ich glaube das war es auch schon Und wir wollen jetzt zur Bahn Bin mir nicht sicher Okay Weiter geht's Jetzt geht's In den Wald So wie das hier aussieht Auch cool Habe ich Bock drauf Sneaky Highlights Träten die hier Das ist echt mies hier Laute flache Kurven Geil So was feierlich So ganz feierlich Wildes Ding Ich glaube ich hole gleich wieder Menschen ein Aber Aber Krieg mal hin Hier kann man alle oben anfahren Aber ich will es ja auch nicht kaputt machen Das ist schon sehr flach hier Gebaut Danke Alles hoch anspringen Shit ey Ich glaube ich bin Nein, danke. Ja, endlich ein Steinfeld! Gut. Inside. Phew. Oh, Gott. Voll die Linde vergeteilt. Oh Gott, du Gott, du Gott. Achtung, wieder eine Kreuzung. Ich hoffe, ich bin nicht auf dem Wanderweg. Ah, nein, bin ich nicht. Langsam. Okay, dann fahren wir langsam, wenn er langsam steht. Also jetzt im Wald wird es deutlich rumplicher, ihr seht es ja. Aber, ja, ultra cool, macht ultra Bock. Ja, ein bisschen technischer Flow, finde ich gut. Holz, ich habe Angst. Hier sind wir rutschig. Wir gehen raus an Manu an der Stelle. Hier fahren wir mal ganz asozial. Oh, fast eine Enduro-Stage hier. So hakelig. Haute Länge. Raute Länge. Raute Felsen. Raute Felsen. Raute Felsen. Wieder Kreuzung und Achtung. Oh Gott. Was? Trail Ende. Das war's. Leute, geiler Abschluss im Wald. Hat Bock gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich denke, frommes Trail macht's. War ultra geil, hat Bock gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.